3. Liga, 11. Spieltag, Samskag, 21.11.2020, 14 Uhr, Halles FC gegen Kaiserslautern, 1 zu 1. Sven Müller, Halles FC, Sven Müller, Niklas Kiestenhöfer, Sörensen, Rittmann, Janik Sternberg, Siegherr, Futur, Jonas Niefeld, Toni Leitimban, Jan Drasov, Antonos Papadopoulos, Trineke Bodi, Julian Kutuau, Resverbank, Jan, Janes, Voltert, Niklas, Landgraf, Jan, Rafal, Schis, Schrisiadoviski, Eric, Eisele, Lukas, Brüder, Sel, Selim, Gütz, Durz, Michael, Evin, Wien. Jetzt kommt er, der FC Kaiserslautern. Afto Spahig, Adam Hosek, Philipp Hesher, Kevin Kraus, Tim Ritter, Henrik Zug, Jenny Rondondo, Marlon Ritter, Hickman Schieftri, Marvin Pouret, Janik Bachmann, Janik Bachmann, Resverbank, Carlos Signac, Daniel Hasek, Anil Totsukok, Markus Klingzüge, Ahmad Mohamed Eliazud, Matteo Rabb 21 Uhr 31 21 Uhr 32